Wenn heute Abend Deutschland gegen Italien im Viertelfinale spielt, dann wird in diesem Haus in Fullingen ganz sicher besonders doll mitgefiebert. Und auch beim Public Viewing in der Region werden der deutschen Elf heute mächtig die Daumen gedrückt. Immerhin geht es um den Einzug ins Halbfinale. Und der letzte Sieg gegen Italien liegt 18 Jahre zurück. Zeit, dass sich was dreht. Heute Abend 21 Uhr beim Public Viewer ihres Vertrauens.